Ja, also wir haben ein ganz ganz tolle Ereignisse in den letzten 20 Jahren natürlich gehabt. Wir können auf ganz viele verschiedene Erfolge zurückblicken. Wir haben eine tolle Leistungsgruppe, die die letzten Jahre mehrere Titel bis hin zum Weltmeistertitel erfolgreich errungen hat, im Kung-Fu und Kickboxen. Wir haben die Sportlerinnen und Sportler der Stadt Neuwied gestellt, auch einige Jahre hintereinander, aber auch immer mal wieder in Pause mit drin. Aber das waren die Highlights, die man so als besondere Ereignisse in den letzten 20 Jahren erleben durfte. Wir haben ein großes internationales Turnier ausgerichtet hier bei uns in Koblenz oder in der näheren Umgebung von Neuwied, wo über 1000 Sportler aus ganz Europa angereist sind, um sich gegenseitig miteinander zu messen. Der Champions Day, das war ein Riesenereignis, wo man natürlich die Kampfsportszene ein bisschen damit unterstützt hat, um einfach auch den Sportlern eine Plattform zu geben, um sich gegenseitig auch auszutauschen und miteinander zu messen. 这 Diese Leute wiederentwickeln vom Das tuncía Ja